Applaus für die Kinder! Wir haben jetzt die sieben Teilnehmerinnen vom letzten Mal gesehen plus den anderen Kindern von Kids for Christ. Was erwartet uns jetzt? Wie letztes Mal gab es wieder zwei Gruppen. Die erste Gruppe war die Junior Division. Das sind die Kinder von dir bis acht Jahren. Und die zweite Gruppe für die Senior Division von acht bis zwölf Jahren. Es wird noch eine dritte Qualifikationsrunde geben und zwar am 14. Jänner 2007, wo es ungefähr genauso ablaufen kann. Und natürlich nach den drei Qualifikationsrunden gibt es natürlich ein Semifinale und ein Finale. Das wird dann höchstwahrscheinlich im Frühling 2007 stattfinden und das Finale dann im Sommer. Also, ja, die genauen Daten werden dann noch betankt gegeben. Okay, na dann beginnen wir mal. Kommen wir mal die Leute, oder? Also, okay, dann bitte ich mal einen Applaus für die Teilnehmer vom heutigen Nachmittag. Also, hier haben wir Sabrina Jimenez vom PGG Lehrminister Group, dann Wesley John Valdoria vom PGG Kids Club, dann unser Twitter-Contestant ist Joan Musaraga vom PGG Electros Group. Ich fange zu den Senior Division. Der erste Contestant wird sein Gina Santiago von Love Ministry. Die zweite wird sein Trisha Torres von CFC Servants of the Lord. und Philippine Mäder. Ja. Also, ja. Nein, doch nicht. Okay. Da sind sie. Applaus bitte nochmal. Genau. Also, nochmal. Noch was. Joan, Joan Nassare ist leider nicht da. Aber, ja, wir haben trotzdem genug. Brian. Brian. Brian Magalindow. Brian ist auch da. Brian hat es vergessen. Okay, nochmal. Applaus zu Brian. Brian Magalindow. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie gut sein Kandidaten heute geht. Also, beginnen wir mal hier. Wie heißt du schnell wieder? Trisha. Also, das ist Trisha. Wie alt bist du? Zehn. Zehn. Und was siehst du heute? Smiley Newell. Smiley Newell. Also, einen Applaus für Trisha. Okay, gehen wir weiter. Das ist? Sabrina. Und wie alt bist du? Sieben. Sieben. Was siehst du heute? Statenau. Sieben. Wow, Applaus bitte. Okay, gut. Kommen wir zu uns im nächsten von der Garten. Das ist Brian. Komm mal her. Also, wer bist du Brian? Zwölf. Zwölf. Und was siehst du uns heute vor? Newell. Von? Also, okay. Einen Applaus für unseren Fan und für Joby. Torstenau. Oh, ich bin der Fan. Und wer ist der Fan. Oh, ich bin der Fan. Okay. Gehen wir weiter. Das ist? Westerjumpets Gerald. Wow, okay. Langsam mal bitte. Westerjumpets Gerald. Ich bin ein Bonner-Arg. Okay, komm her mal, komm her mal. Wir haben das Gleiche heute, und? Ja. Also, Kollege, was denkst du heute für uns? Kauner-Zachim. Und? Ah, warte mal, wer bist du heute? Sechs. Sechs, wow, okay. Applaus bitte. Für meine Lieblingsbrüder. Okay, für unseren nächsten Kandidaten. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Also, ein kleiner Tänzer. Also, Philipp kommt mal her davor. Applaus für Philipp. Okay, Philipp, dann bist du. Elf. 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 Okay, was ist die Sorte für? Origino. Deri Valanciano. Okay, good. Applaus für Philipp. Okay, und last, but not the least. Dann, wie ist? China, Santiago. China? Santiago. Okay, ah, dann bist du? Noin. Noin. Ah, Eine Frage? Was denkst du heute? In Mataport. Okay, danke. Einen Applaus für unsere Gesellschaft. Okay, gut. Das waren wohl sechs Kandidaten. Das war wohl heute. Das war's. Oh, ja. Wie ist die Frage? Wirklich. Vielen Dank.